Ich bin heute in Bad Cannstatt. Cannstatt ist heute die Narrenhochburg schlechthin, weil hier ist gerade das große Narrentreffen. 70 Zünfte aus dem Südwesten und aus der Schweiz nehmen teil. Das ist ein ganz besonderer Umzug, weil das sind sehr traditionelle Zünfte, die auch in einem Verband, dem VSAN, dem Verband Schwäbisch Allermannischer Narrenzünfte zusammengeschlossen sind. 2,5 Kilometer lang ist die Umzugstrecke. 10.000 Hässträger sind dabei. Viele bunte Gewänder, unterschiedliche Ideen, was dahinter steckt. Gestern gab es schon einen Brauchtumstag hier, da haben sich Zünfte vorgestellt. Ich befinde mich hier in einem Häs der örtlichen Zunft, und zwar zum Kübel des Markt Bad Cannstatt. Das ist ein sogenanntes Felbenhäs. Man sieht es hier an den Plätzle, den unterschiedlichen Farben. Hier eine Lindenholzmaske und hier eine Weinbergrätsche. Ganz wichtig auch die Handschuhe. Und hier, man kann es noch erkennen, ein Bobbel, auch Cannstatter Knoten genannt, und ein weißes Hemd drunter. Es ist natürlich sehr wichtig, dass man sich auch an die Tradition natürlich hält und genau auch so auf den Umzug mitläuft. Also vielleicht muss ich nochmal erklären, das ist ein Freundschaftshäste. Das habe ich von den Narren aus Cannstatt bekommen. Und warum mich das einfach so fasziniert, sind einfach die Geschichte und die Tradition, die hinter diesen Masken steckt. Also jede Zunft hat eine andere Geschichte. Die sind meistens auch, bis zum 12. Jahrhundert gibt es zum Teil Überlieferungen von Narren hier in Baden-Württemberg. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die hinter jedem Zunft steckt. Und es ist natürlich auch eine riesige, große Familie, muss man wirklich sagen. Hier sind alle per Du, alle Narren. Man kennt sich da, man kann sich gar nicht so viele Vornamen auch merken, die man da zugerufen bekommt. Also ich glaube, dass ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl einfach so einer Zunft entsteht. Ich habe es vor kurzem mal gesagt, es ist so, im Sportverein muss jemand gut Fußball spielen können, muss gut Handball spielen können. Da definiert es sich noch über den Sport. Hier gibt es ganz unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen und einfach Spaß haben an Tradition, am Feiern, am Zusammensein, am Spaß zusammen haben. Und das gefällt hier ganz vielen. Machen Bis zum nächsten Mal.